Moin Moin und herzlich Willkommen zu Dead by Daylight, dem Special Video von dem neuen Killer und den neuen Überlebenden. Also der neue Killer ist da, der Trickster, auch japanische Tunde, Schmuchtel oder Schwulio genannt. Heute ist es also endlich soweit, ich darf endlich meine ganzen Punkte raushauen und morgen habe ich es nochmal nachgezählt, also wenn ich richtig gezählt habe, werde ich jetzt insgesamt 3.925.000 Punkte raushauen. Das ist ein Wort, ne? So, wir fangen am besten mal mit der Schwuchtel da an und hauen mal die erste Million auf den Kopf. Wichtig ist, dass wir die zwei Perks raushauen, auf jeden Fall reinhauen, wo praktisch das Ding, wo das Ausgangstor nicht aufgemacht werden kann, plus das Ding, wenn du jemanden trägst, dass du denn mit Elbschlaf umhauen kannst. Das ist das Wichtigste. Weil diese zwei Perks kriegt definitiv dann mein Fallsteller auch noch mit drauf. Also das ist immer definitiv klar. So, äh, wie gesagt, knapp vier Millionen. Das heißt, wir kriegen die Schwuchtel da und die Allertunde kriegen wir definitiv auf 50 und es bleibt noch Punkt übrig. Uh, das ist doch schon noch mal wieder. Ich beobachte nur zu. Ja, das ist nicht schlecht. Gehen wir gleich auf 2. War nicht schlecht. Also der bleibt dann definitiv erst vorbeizuflich stehen, was der dann möchte oder sonst was. Das interessiert mich denn, weil jetzt ab erst kommen die Überlebenden und dann die anderen. So, Groupie. So, das ist das. Äh, jetzt muss ich mal gucken, welches das genau ist. Ja, ganz genau. Dieses Groupie, das müssen wir freischalten. Definitiv. Und das andere müssen wir dann auch noch freischalten. So, Stufe 10. Ich bin gespannt, wie weit. Mal gucken, wie deine Punkte. Und vor allem, wie viel bleibt übrig. Und hoffen natürlich, dass jede Menge nice Perks hier vorbei kommen. Die, äh, ist schon blöd. Und, äh, wie sagen wir es, flugaufgezählte Hoffnung. Nehmen wir natürlich gleich die 25 Prozent. Gut, das ist ja klar. Und so. So. Wie immer gilt es, irgendwie, wenn es irgendwie möglich ist, so viele Punkte wie möglich zu sparen. So. Ich sehe es gerade. Schauen wir mal. So. Ich hoffe, ich kann sparen in den Scheißen. Obwohl, den kannst du nicht mehr machen. Ah, jetzt kriege ich meinen Dock. 100 Prozent. So. Was hätten wir hier anzubinden. Superbittlich, Parockersau! So, was ist das für ein Scheiß? Kein Ausweg, ja das ist der. Den brauchen wir definitiv. Blöde Yamamoga, das Ding da kannst du behalten. Mach keine Sau. Ne, das lassen wir mal, was ist das? Coolophobie? Ja guck, ich muss ja... Ich muss diese kleine Scheiß hinnehmen, weil... Was ist das? Ich habe keinen Fehler gemacht. Nur, was ist das? Das ist geistig. Darauf gibt's Fiefe. Mit dem werde ich sowieso nicht oft spielen. Also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. So, eiserner Griff. Scheiße. Das ist ein blödes Bogen. Ich habe gesagt, ich versuche so viel wie möglich Punkte zu sparen. Ich habe den Ball in die Hinnertrezepte. Es ist ein blödes Bogen. Das ist der Scheiß. Ich bin nicht mehr immer. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Natürlich, jetzt nimmst du nicht mehr. So, das ist Lichtgeborene, ne, Schattengeborene. Das habe ich noch nie benutzt, also keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. So, das ist doch ansteckend. Das wäre echt nur fein, wenn immer so was kommen wird, wie ein Mori nehmen wir mal mit. Was ist das? So, wenn wir dann unten auf Null sind, werden wir definitiv... ...gleich die nächste Million Kupflügel. Es gibt Leute, die kapieren es nicht. Gerade eben habe ich es noch gesagt. Ich habe keine Zeit. Scheiße, Mann. Kann ich das nicht so? Ich habe mehr davon. K.O. Man nimmt so einen Rotz. Ich habe eine Schwanne da oben. Ich nehme mich mit. Ich nehme mich mit. Und das ist gar nicht so geil, was es ist. Wen interessiert es? So, jetzt kommen die Großen. Da ist das erste Groupie. Sehr schön. Den hätten wir. Wenn der jetzt runter geht, gehen die zwei weg. Das ist doch schon nochmal viel wert. Sehr schön, der fängt da oben aus. Die zwei 75% an der Beziehung. Oh, Barbecue. Nice. 100% nehmen wir natürlich auch. Blöder Arsch. Hast du den nicht da oben nehmen können? Was ist das für ein Scheiß? Von mir aus. So, eiserner Griff auf drei. Boah, Alter, ey. Was ist denn das da oben? So ein Scheiß nehmen wir halt auch mit. Dass wir das haben. Jetzt muss ich wieder zwei von deine blöden Drecksdinger nehmen. So. So, er ruft der Krankenschwester auf zwei. Können wir mal Arme anhaben? Boah, fuck. Jetzt nimmt er den 25% weg, die dumme Sau. Ich hab's zu spät gesehen. Ach, kann ich nur wieder Nori nehmen. Ja, was soll's. So. Das ist Flugbuin. Ich muss bloß gucken, dass es genau auf Null stellt. Barbecue Chili auf zwei. Da ist aber dann Flugpublikumskontrolle. Ah, nö. Den will ich nicht. Ich will mir lieber den. So, was ist das jetzt? Ja, freilich, der nimmt das jetzt die ganze Zeit. Ja. Muss ich's wohl machen. Weil ich will ja das andere, das ist mitgewilliger unbedingt. Das war sauglade. 73.000 hier immer noch. So. Was ist das? Warum sollte ich das nehmen? Warum sollte ich das nehmen? Dann nehme ich lieber ruf der Rackenschwester. Warte mal, ich seh grad was. Wenn ich den da durchlaufen lasse. Jetzt geht er da her. Und dann muss er ja da her. Wir sparen Hauptpunkte. Warte mal, ich seh grad was. Oh. Oh. Hex ein Dying. Das ist natürlich gewartet, ne. Nehm ich gerne. So, jetzt muss ich dann zum Uppost. Das sind genau Fluten. 17. 40. Jane. 39. 40. Warte mal. Warte mal. 7. 4. 7. Genau auf 0. So. Erste Million haben wir. Äh, jetzt nehmen wir mal als erstes die tägliche Rituale, dass die mal weg sind. Äh, alles nehmen. So. Stellen wir uns wieder bei 150.000. So, Jungs, wir sind noch lange nicht fertig. So, jetzt wird es langsam Zeit aktueller vor. Jetzt hauen wir uns mal eine ganze Scheiße. Richtig schön rein. Und jetzt wird das Ding da oben mal ganz gewaltig steigern. Nächste Stufe. Kann man alles nachher holen. Da sind wir jetzt richtige Furz. Oh, jetzt sind wir schon 53. So, wir haben 550.000. Die sind noch lange nicht fertig. 56.000. So. Können wir den auch dicht machen. Komm, den 3er. Achso, da fällt ja noch das eine mit dem Oni, ne? So, jetzt weiter. 835. Jetzt muss ich ganz aufpassen. Also. Jetzt sind wir da definitiv. So hinstellen. 20.000. 35.000. 50.000. 75.000. Also jetzt bräuchte ich eher mit 25.000, ne? Ja. Jo. Äh. Ja, wohl neuer. Also 25.000, wie gesagt, ne? Ja, Wahnsinn. Nehmen wir doch gleich den. Eine Million. So. Weiter geht's. Das wäre praktisch jetzt die zweite Million. So. Weiter geht's. So. Äh. 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 Schnitt unten abnimmt. Äh. Erhähten. Äh. 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 Scheiß egal welcher. So. Das ist doch der Scheiß, ne? Kein Ausweg. Jawoll. Genau den. Wollte mal haben. So. Jetzt sind sie alle drei freigeschaltet für sämtliche neue Killer. Äh. Für alle anderen Killer. Das ist sehr gut. Wollen wir den lassen wir mal. Ja. Den kannst du haben. So. 41. Oh. Da oben ist ein Hunder da. Das gehen wir definitiv. Die Hunder. Bei meinem Glück geht jetzt der Hunder. Sala. Ne. Ich hab was gemacht. Und der nächste. 42. Was ist denn das für Scheiß? Ja. Ich muss doch ein Zeug nehmen. Ich will hier aber sowas wie. Äh. Äh. Dann lassen wir mal rum. Äh. Ähm. Oh. Wunderbar. Äh. Ich will hier aber. Das bestimmt nüt. Aber ich muss es nüt. Vielleicht mal die Glückten krieg ich noch nöt. Oder ich. So. Ja. So. Jetzt muss ich nicht mehr in die Pläne. So. Ja. Dann gehen wir gleich in die Pläne. Hörnern. Ja. 25% bin ich natürlich gerne. So. Es wird jetzt also Zeit, dass es ordentlich nur fertig wird. Los. Ja. Das istliyor. Ich bin mega. Aber dann schlaufe noch. Ja. Ich bin mega. Ja. Ja. Alles. Ich bin mega. Ich bin mega. Soar. Okay, ich bin die Düsseldelle. Ich bin der Kugel, 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 der Kugel. Ich kann schon was hineingebrücheln in den Hellen, ey, leck mich am Arsch, ey, der nimmt ganz schön ab, ey. So, der war taktisch klug. So, weiter geht's. So, aber was versteht dieser Kerl eigentlich nicht unter, ich will mich dann? Kann mir das mal einer verrate? Uh, da müssen wir natürlich... Den Nebler, 100% nehmen wir mal mit. Uh, da nehme ich den, da geht die drei weg, das ist sehr schön. So, wo ist das so dick? Warte mal, 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 so. Gut, 49, oh nein doch. Also siehst du, ey, das wären fast eineinhalb Millionen, was ich da jetzt rausgekriegt habe, wenn ich 50 bin. Also war ich gar nicht so verkehrt, wenn du davon ausgehst, mit eineinhalb Millionen. Das brauchst du von 1 zu 50. So, den nehmen wir dann immer mit. Den nehmen wir mit. Äh, den kannst du haben. Den nehmen wir mit mit. Den nehmen wir mit. So. Also, eine Millionen, 468.000 haben wir gebraucht. Warte mal. Äh, nein. So. Wir wechseln jetzt rüber. Zum Überlebenden. So. Feng Min, das ist die, was dann die restlichen Punkte draufgeschmissen kriegt. Das ist nämlich die nächste, wo, äh, die Dinger kriegt. Also, das ist doch ein Kerl, oder? Ich weiß auch nicht, aber... Naja, was soll's. Scheiß die Wand an. Weiter geht's. So. 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 Die erste 10 ist sowieso scheißegal, weil du musst die sowieso alles nehmen. Ob du willst oder nicht, ne? Also die drei Perks von der kannst du natürlich wieder absolut vergessen. Die interessieren mich so wenig wie ein Schissenskloch. Die werde ich auch, wenn es nicht unbedingt möglich ist, werde ich die auch nicht freischalten. Weil die geben mir sowas von am Arsch dabei, das kannst du mir nicht vorstellen. So, Moment, kurz. So, weiter geht's. So. Oh, oh. Den Scheiß da oben wollte ich eigentlich nicht, ne? Nur lieber das. Mal den Hälte. Das war eigentlich jetzt nicht der Hälte. Oh, Schleck. Was ist das? Oh, ja. Ach, leck mich doch. So. Oh, ich bin nicht der Hälte. Galt auf! Oh ja, leck mich doch! Der erste Gute, ey! Ich bin nicht so gut! Ich bin nicht so gut! Oh ja, du blöde Dreck-Sau! Jawohl! Gleich die zweite hinterher! So, fällt jetzt! Oh, das wird heute ein langes Video! Hahaha! Egal! Wie viele Sachen? Wir haben jetzt erst fast 2 Millionen! Ich hab knapp 4! Oh! Scheiße, Alter! So, was ist das Letzte? Tschüss, danke! Oh ja, wenn ich so noch mal den gebe! Wie Gott! So, offenes Blatt! Nee, danke! Oh ja! Dann brauch ich noch Hühnchen zu rufen! Wie den Scheiß, offene Blatt! So, dann werde ich mit Wenn! Die Soße! Und das hier! Und das hier! Jetzt mach ich mal langsam wie der Truft Kuge! Dann krieg ich immer viel! Ich bin begeistert! Was für der coolen Scheiße ich da wieder kriege! Dann mach ich mal so! Komm mal ein paar Pünktchen sparen! So, Ass im Ärmel! Wenn der Tier ist! So! 18! 12! 9! Uh! Verdammte Scheiße! 3! 3! Scheiße! Es geht nicht auf! Doch! Ne! Geht nicht! 5! 8! Verflügt! 3! 3! Haben wir es auch! So! Sprintboost! Oh! Das ist wieder! 100% Plus 25% So! 0! So! Jetzt dürfen wir nicht in den Ding gehen! Hier! Weil das über 900.000 sind! Das heißt! Wir gehen jetzt hierher! Also 2 Millionen haben wir jetzt! Ja! Na super! Das ist ja eine richtig tolle Wurst! Ich glaube es müsste ich jetzt nicht machen dürfen! Jetzt Können wir schon mal 150.000 weniger! Scheiße! Verfickte Scheiße noch mal! Wieso? Wieso habe ich eigentlich jetzt nur 300.000? Kann mir das mal einer verraten? Hä? Müsste ich nicht 450.000 haben? Ja! 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 Ich glaube es ja nicht! Oh! Ey, das ist ja eine Bolle! Oh! Ey, jetzt haben sie mich um 150.000 beschissen! Ey, das ist ja eine Bolle! Freilich hab drei Stück genommen und um was hätt ich 450.000 kriegen müssen. Das muss ich mir nochmal angucken. Oh Alter, ich hab... Oft hab ich jetzt kein Bolle gerissen. Nicht, dass da eins drin war, wo ich's nicht gehabt hab. Das ist hier ein Bolle. Na ja, wer soll's. Komm, passiert ist passiert. Ähhhh... Ja, da müssen wir her. So, weiter geht's. Ah ne, Moment, da müssen wir her. 5... Ja, damit... Alter, da muss ich nochmal nachgucken. Ob die mich jetzt tatsächlich beschissen? Das könnte viel, wenn man nicht klotzen tut, ne? So, Spaltnummer 5 ist erledigt. So, da geht's weiter. 565.000. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Ja, damit. Alles, eh, mit. So, jetzt hören wir wenigstens wieder mal ein Bolle. Hehehehe. So, der nächste. So, 915. Der dürfte auch fast... Ah, mein Lieblingsding, ja. So, jetzt sind wir bei 49. So, nochmal da waren wir, ne? Ja. Jetzt da weiter. 49. Ähhhh... Und ab. Eine Million. Da vorne. So, jetzt sind wir bei 3. So, weiter geht's. Wow, wie machen wir das jetzt, ey? Das ist echt... So, das war immer so. So, so. So, so. Jetzt gehen wir hierher. So, ohne. Ja, ihr habt's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, ich hab's gewusst. Ja, egal. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. So, das ist sowieso nichts. Springboost oder das? Ja, ich muss die einzelne, ne? Ich hab' kein Stamm. Ich hab' das einzelne. Ja, nochmal mal. So... Den ganzen Scheiß kannst du alles haben. Sparen, sparen, sparen. Dann nehme ich definitiv. Oh, na so. So, jetzt komme die Krause, ne? Wie gesagt, nicht, wenn es unbedingt sein muss. Spitze braucht keine Sau. Das stimmt nicht, ne? 100% kann ich nicht. Ah, ja gut, ich weiß nicht, ich soll noch ein bisschen. Das war's. Ah, fuck ey! So, super, ich will den Pläder heute gehen. 100% nämlich auch danken. Ich bin sowieso ein Pläder, der kann aber gehen ja nicht. So, jetzt haben wir natürlich alle zwei Däne, ne? Oh, das Schlüssel brauchen wir nicht wirklich. Das ist definitiv bei der Weg. So. Oh, dann nehmen wir definitiv die da runter. 37. Oh, Selbstheilung wunderbar. Lass uns mal e特別brauchen rausnehmen. Oh, Krank dahin.... Cutter OP! Ich nehme noch den Griff. Oh, selbstheilung 2 Null. Ich kann nochAD. Anchein von hier ein klein blaues Ding hier nämlich. Scheiße, wie das zu tun ist. Für das Volk. Ja, wunderbar. So, 40. Was ist denn das für ein Rutz? Selbstschutz. Oh, da wäre halt ein Hunderter dabei, ne? Äh, die Rücken sind 10 bis 20. Ja, komm. Die Schalte muss halt frei. Meine Fresse, was soll's. So. Boah. Boah, der nehmt, wo wir nicht laufen. Notwürdig. So, eine Scheiße. Nur die Wände, du kannst weichen. So, ein Beweistisch wäre noch frei, wenn man diese würde. Komm. So. Ich sag, ich muss die Alza wegmachen, wo ich will, oder nicht? Oh, der war gut. Ich könnte euch knapp werden. Dann nehmen wir definitiv den da oben. So, 25. Nur nur 25. Bevor ich die blaue Flasche nehme. So, den Scheiß kannst du behalten. Der Scheiß muss noch weg daneben. Oh, ich glaube das weiß ich. Das könnte genau reichen. Oh, ihr Leute. Ja, ich fiel doch schon mit Prozessen ab. Oh, der hat den Scheiß auch nicht geheimlich. Warte mal. Oder, oder. Oh, ja. Oh, wäre das knapp. Oh, wäre das knapp. Anführer. Oh, nicht schlecht. Oh, ich guck gerade mal. Da geht der weg, der weg. Ja, ich guck gerade mal. Da geht der weg, der weg. Ja, ich guck gerade mal. Oh, da gehen zwei Stück weg. Da geht der weg. Da geht der weg. Da geht der weg. Da geht der weg. Da haben wir definitiv die Schliffe. Da geht der weg. So, dann nehmen wir definitiv mal selbst rein. So, wenn ich den los, gehen die drei weg. Das ist in Ordnung. Lass uns mal. Das ist gut gespart. Oh, das ist einfach. So, da haben wir sogar eine 30.000 übrig. Ja, leckt mich doch. So, die 30.000. Wie gesagt, jetzt geht's voll auf die Fengmin. Und das ist nämlich die, was jetzt die restlichen Punkte drauf gibt. Weil wir brauchen noch einiges. Ich zeig's euch kurz. Und zwar, hier haben wir nix. Da, die zwei Hammer. Beweis, die fällt noch zweimal. Da fällt noch zweimal. Und niemand wird zurückgelassen. Hab ich noch gar nicht. Wir wissen, was zu tun ist. Warte mal. Warte mal. Wenn ich den jetzt nehme. Dann muss ich einen 5.000er nehmen. Das ist natürlich scheiße, ne? So. Und so. Jetzt haben wir die dritte Million da draußen. So, und jetzt holen wir uns den ganzen restlichen Scheiß. Alles, was noch üblich ist. Leitfahrt. Ich glaub, das war der da, ne? So. Mehr damit. Mehr damit. Mehr damit. 165. Das müsste jetzt der letzte sein. 600, 625 Ja, und wenn man jetzt noch die 150.000 dazuregt, was ich mir jetzt gerade eben versaut habe, beziehungsweise wo ich vielleicht beschissig geworden bin, plus die 150.000, was ich eigentlich hier noch übrig hätte sind es 300 und wären wir genau bei 1.925.000 gewesen, so wie ich es gesagt habe Ja, was soll's Dann gäbe ich die 3.500 Sieht halt morgens aus, das ist doch scheißegal Da ist nichts mehr drinnen Das weiß ich Das heißt Ich würde sagen das brauchen wir uns gar nicht mehr angucken Also das werde ich jetzt auch nicht mehr ausgeben die Punkte für euch Wie gesagt, 1.925.000 wären es gewesen 3.925.000 Also ich hoffe es hat euch falle mit 3.925.000 Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben Ansonsten geht es am Donnerstag weiter mit Live-Stream Und freut euch auf den 3.925.000 3.925.000 3.925.000 3.925.000 3.925.000 Vielen Dank.